Wir bitten nun alle verbleibenden Fluggäste für Kingdom Airlines Flughaar A29 nach London Heathrow einzusteigen. Schönen guten Morgen, Ihnen allen. Hier spricht Robin Allen, Ihr Captain. Unsere Flugzeit heute wird 6 Stunden und 54 Minuten betragen. Die Operation hat begonnen. Telefon und Tablet. Wir haben das Flugzeug unter Kontrolle. Sie müssen das sehen. Drei Grad Kursabweichung. Irgendwer scheint da um Hilfe zu rufen. Sie haben Familie, die Ihnen lieb ist? Dann konzentrieren wir uns darauf, heil aus dieser Sache rauszukommen. Ich habe eine Sprachnachricht aus dem Flieger gekriegt. Dad schreibt, Vorfall an Bord. Was genau ist es, was dein Dad beruflich macht? Es ist kompliziert. Weil Sam besser darin ist als alle anderen. In was denn genau? Im Verhandeln. Es sitzen 200 Menschen in diesem Flugzeug. Falls Sie etwas versuchen werden, dann wird dieses Flugzeug abstürzen. Ich will nur zu meiner Familie. Ich will Ihnen ein Angebot machen. Ich habe hier einen Umschlag, Forderung. In der ersten Stunde lief alles schief. Mal sehen, was die nächsten 6 bringen. Wir müssen allen im Flugzeug eine Nachricht schicken. Also müssen wir uns bereit halten. Weil auch noch andere Dinge laufen. 5 Passagiere auf diesem Flug existieren gar nicht. Die haben ein Netzwerk überall in Europa. Für die sind wir eine heranfliegende Rakete. Einer muss dran glauben. Wir oder die. Und ich sage euch, wir ganz bestimmt nicht. Es kann euch eine sponsore. Wenn 찍st ein Flugzeug ein. Oder wie ein neues Flugzeug ein. Vielen Dank.